Als Netz zu kommen ist zur Zeit unmöglich. Alles verstopft hier, weil jeder unterwegs ist, um zu zeigen, ich bin hier in Berlin und das ist der Flieger. Die deutsche Nationalmannschaft plus Klo im Abflug und das ist der Applaus für den Weltmeister. So hört sich das an. Das ist eine besondere Genehmigung, um ein bisschen tief einzuspielen hier. Das kriegt auch nur der Weltmeister, um auch noch ein bisschen mit den Flügeln hin und her wackeln. Das ist eine besondere Genehmigung. Er macht es richtig gut, der Pio. Steht ein bisschen rum mit seinen Flügeln und sagt, hier bin ich. Und so fliegt ein Weltmeister. Absolut. Das sind tolle Bilder und ähnlich war es 2006. Und ich glaube, die Spieler freuen sich jetzt auch wirklich auf die Fans. Es sind ja noch einige dabei. Wenn ich dann denke, Philipp Lahm, Schreinsteiger, Mertis, Aga Podolski, Klose. Das sind alles deine Kollegen, die es durchgezogen haben. Und die jetzt... Das sind all diese